moine spackos hier kommen die witze des tages heute beleidigungen für jeden anders am ende des dates ich hatte einen sehr schönen abend es war nicht dieser aber ich möchte nicht klagen ich habe gerade zwei minuten zeit erzählen sie mir einfach alles was sie wissen sagen sie mal verprügelt sie ihre frau eigentlich immer noch ihre mutter kann wieder bei uns putzen kommen wir haben das geld gefunden ist ihre vorstrafe jetzt eigentlich getilgt oder verjährt oder wie das heißt gibt es jetzt eigentlich ein mittel gegen ihre anfälle hat in ihrer familie schon mal jemand selbstmord begangen nein wäre das nicht mal eine überlegung wert das war's für heute macht's gut bis morgen nicht vergessen kanal abonnieren sonst verpasst was